Mit einem Kreativ-Toni wie diesem hier kannst du, wie der Name schon sagt, richtig kreativ werden. Du kannst nicht nur deine Musik hier draufladen, sondern ganze Erlebnisse für dein Kind gestalten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tony-Box geführten Schnitzeljagd im Wald. Hinweise und Wegbeschreibungen kannst du direkt über die My Tonys App auf den Kreativ-Toni sprechen. Und vielleicht lädst du dazu noch Wissenswertes und Geschichten zum Wald mit auf den Kreativ-Toni. Deine Kinder werden es lieben, sich ihren Weg mit dem bunten Würfel alleine durch den Wald zu suchen. Oder wie wäre es, wenn du das Abendritual spielerisch zusammen mit der Tony-Box gestaltest? Das erste Lied könnte deinem Kind signalisieren, dass es gleich ins Bett muss und es wird auch deutlich kooperativer sein. Meistens jedenfalls. Beim anschließenden Zähneputzen läuft das Zahnputz-Lied und die Lieblingsgute-Nacht-Geschichte lässt dein Kind friedlich einschlucken. Das waren nur zwei Ideen, was du Kreatives mit der Tony-Box machen kannst. Weitere Ideen und ein langes Video zu Tony-Box findest du auf meinem YouTube-Kanal.